Mein Name ist Adrian und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam diesen großen Monitor hier an, den BenQ PD3320U. BenQ ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir diesen Monitor testen möchten. Und Argumente dafür waren, er ist besonders gut geeignet für grafische Arbeiten, für Fotonachbearbeitung und vor allem auch Videonachbearbeitung, was für uns natürlich spannend ist. Und der zweite Aspekt ist, wir alle im Unternehmen arbeiten mit einem MacBook in Kombination mit einem externen Monitor. Und dafür soll dieser Monitor besonders gut geeignet sein und so viel kann ich schon mal sagen, dieser Monitor ist wirklich mit dem Fokus auf die Zusammenarbeit mit dem MacBook entwickelt worden. Das merkt man an ganz, ganz vielen Details. Als erstes vielleicht das Offensichtliche. Dieser Monitor, man sieht es hier im Vergleich zu mir, ist wirklich groß für einen Computermonitor. Wir haben hier 32 Zoll, das ist persönlich für mich der größte Monitor, an dem ich je gearbeitet habe. Wir haben ein Seitenverhältnis von 16 zu 9 und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Der Monitor hat im Volksmund 4K, was dann UHD entspricht, also 3840 mal 2160 Pixel. Und dabei eine Helligkeit von 250 Nits, beziehungsweise bei HDR auch 300 Nits. Wichtig für einen Monitor in der Medienproduktion ist natürlich die Abdeckung des Farbraums. Wir haben hier eine hundertprozentige Abdeckung des sRGB-Farbraums und eine 95-prozentige Abdeckung von DCI-P3. Damit ist dieser Monitor quasi werkskalibriert und kann dementsprechend auch sehr breit die entsprechenden Farben abdecken, sowohl für Print als eben auch für digitale Medien. Für uns im Bereich Videoschnitt weniger spannend, für dich aber vielleicht ein cooles Feature sind die unterschiedlichen Kontrastmodi. Wenn du beispielsweise viel mit Animationen zu tun hast, kannst du hier den entsprechenden Kontrastmodus auswählen und siehst dann vor allem in den dunklen Bereichen einfach mehr Differenzierung, mehr Details, während die hellen Bereiche weiterhin gut erhalten bleiben. Dadurch hat man einen besseren Überblick über die Animationsarbeit. Zudem bietet der Monitor einem mit dem Menü unterschiedliche Möglichkeiten zu den unterschiedlichen Bildprofilen hin und her zu wechseln. Unter anderem haben wir hier so einen Puck, den man sich mit dazulegen kann, der am Monitor angeschlossen wird, sodass man sich nicht aufwendig durch die ganzen Menüs klicken muss, die zugegebenermaßen so aussehen wie vor 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, warum alle Monitor-Menüs genau so hässlich aussehen, aber dieser Monitor bietet einem mit diesem Puck eben die Möglichkeit, schnell zwischen den Modi hin und her zu schalten, die man häufig braucht. Und das kann man auch entsprechend customisen, sodass man drei Modi, die man wirklich häufig braucht als Farbräume, direkt auf dem Puck auswählen kann. Standardmäßig sind auch auf diesem Puck drei unterschiedliche Farbprofile abgelegt. Zum einen M-Book. Das ist ein Farbprofil von BenQ, wo man möglichst nah dran ist an dem Display vom Mac. Das heißt, dass es möglichst einheitlich ist von der Farbwiedergabe, gerade dann, wenn man eben zusätzlich diesen Monitor hat, aber auch das Display vom Mac nutzt. Zudem haben wir DisplayP3. Das ist das Farbprofil, was wir hauptsächlich für den Videoschnitt nutzen und sRGB, was sich genauso über diesen Puck dann eben einfach abrufen lässt. Der Monitor kommt aber auch mit smarter Software. DisplayPilot heißt die und ich möchte mal auf ein paar Punkte eingehen, die aus meiner Perspektive echt wertvolle Features sind. Zum Beispiel hat man mit dieser Software die Möglichkeit, alle Einstellungen, die man auch im Menü findet, einfach am Computer entsprechend vorzunehmen in dieser Software. Aber die Software kann auch im Hintergrund laufen und erkennen, welche Anwendung ist denn gerade offen. Ist gerade Final Cut oder DaVinci Resolve offen? Ist gerade ein Browser offen oder vielleicht doch Photoshop? Und diesen Anwendungen kann ich jetzt unterschiedliche Farbräume, kann ich unterschiedliche Farbprofile im Monitor zuordnen. Und immer dann, wenn ich die entsprechende Anwendung aufmache, wechselt der Monitor automatisch auf den Farbraum, den ich eben festgelegt habe für die Anwendung. Aus meiner Perspektive echt ein großer, großer Unterschied. Selbst wenn es so einfach ist, hier auf dem Puck zu wechseln, denkt man nicht immer dran und will vielleicht auch für den Browser eine etwas augenschonendere Darstellung haben. Und dann wechselt der einfach im Hintergrund automatisch. Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature. Es gibt auch noch weitere Funktionen, wie beispielsweise eine Layout-Funktion, wo ich einen Vierer-Grid anlegen kann, um eben mehrere Fenster mir entsprechend zu layouten. Gerade auf so einem großen Screen ergibt es wirklich Sinn, da Multitasking zu betreiben. Und gleichzeitig habe ich beispielsweise auch ein Feature, dass er mit dem Mac-Monitor synkt. Das heißt, dass dann eben der Mac-Monitor, das Display, auch im gleichen Bildprofil ist wie der Hauptmonitor und dass ich da nicht eben individuell irgendwelche Einstellungen treffen muss. Dementsprechend echt eine coole Möglichkeit, mit diesem Displaypilot zu arbeiten. Kommen wir mal auf die Anschlüsse zu sprechen. Wenn du den Monitor mit einem MacBook nutzen möchtest, brauchst du ganz ehrlich nicht besonders viel. Du verbindest per Thunderbolt 3 dein MacBook mit dem Monitor, hast dann 85 Watt Stromversorgung für dein MacBook, um es auch entsprechend mit Strom zu versorgen. Und hast dann die Möglichkeit, eben mit dem USB-Hub, der hier drin verbaut ist, unterschiedlichste Festplatten beispielsweise noch anzuschließen. Hier seitlich haben wir ein USB-A, was uns ja an den MacBooks fehlt. Können wir einfach einen USB-Stick reinstecken. Haben wir noch einen USB-C, der auch eine eigene Stromversorgung nochmal hat, um beispielsweise ein Smartphone aufzuladen. Wir haben noch einen Kopfhöreranschluss, den wir hier anstecken können. Wir haben natürlich auch Lautsprecher in dem Monitor verbaut. All das wird gekoppelt per Thunderbolt 3. Das heißt, letztendlich ist es ein Kabel, was du verbindest zwischen dem MacBook und eben diesem Monitor. Es lassen sich aber natürlich auch andere Geräte anschließen, die nicht über Thunderbolt 3 verfügen. Man hat zwei HDMI-Eingänge und einen Displayport-Eingang. Da könnte man beispielsweise eine Bildregie anschließen, um damit live Videoschnitt zu machen. Gerade dadurch, dass es ein 16 zu 9 Seitenverhältnis ist, wird es auf jeden Fall gut funktionieren. Und ansonsten muss ich einfach sagen, ist dieses Display darauf ausgerichtet, per Thunderbolt seinen Computer eben entsprechend anzuschließen. Dadurch haben wir die Stromversorgung, dafür haben wir den USB-Hub, dafür haben wir die Audioübertragung und so weiter. Darauf ist das Gerät ausgelegt. Wer nicht über Thunderbolt 3 sein Gerät anschließen möchte, würde ich vermutlich sogar zu einem anderen Monitor greifen. Jeder MacBook-Nutzer schätzt das wirklich supergute Display in den Geräten. Sie haben nur einen zentralen Nachteil für gerade kreative Arbeit, wo man alles detailreich sehen möchte. Und zwar die Reflexion. Das Display ist so reflektionsanfällig und das merkt man vor allem, wenn man dann eben im hell erleuchteten Büroraum sitzt und man ständig irgendwelche Reflexionen da drin sieht und sich überlegt, ist das jetzt im Bild oder ist das einfach nur eine Reflexion auf meinem Screen. Und das ist einfach, weil die Displays keine matte Oberfläche haben. Und das ist hier bei dem Monitor anders. Wir haben diese matte Oberfläche und selbst im hell erleuchteten Büroraum kann man hier wunderbar auch kreative Arbeit machen. Man kann alles sehr detailreich sehen, einfach weil diese Oberfläche nicht so sehr spiegelt. Zudem haben wir eine gute Blickwinkelstabilität. Das heißt, wenn mehrere Leute vor dem Monitor stehen, gerade bei dieser Größe bietet sich das natürlich an, auch mal zu zweit, zu dritt, zu viert drauf zu schauen. Dann möchte ich natürlich auch von der Seite noch das entsprechende Bild sehen, von den Kontrasten, von den Farben her. Und diese Blickwinkelstabilität ist hier eben auch bei diesem Monitor sehr, sehr gut gegeben. Bei dieser Größe steht das Gerät natürlich auch entsprechend prominent auf dem Tisch. Und dementsprechend finde ich es gerechtfertigt, auch mal über das Design zu sprechen. Was ich persönlich bei dieser Serie von BenQ besonders gelungen finde. Wir haben umlaufend die gleichen identischen Displayränder. Ich finde, das sieht sehr, sehr clean aus. Kein Logo von BenQ auf dem Monitor selbst zu sehen, was vielleicht schade ist für BenQ. Ich selbst finde es einfach super schön so. Hier unten haben wir zwar ein Logo auf dem Standfuß, aber ansonsten sieht es sehr clean aus. Und ich finde es beispielsweise auch sehr schön, wenn das Display an einem Wesermount-Arm entsprechend aufgehängt ist. Wir haben aber auch die Features, die uns dieser Standfuß hier bringt. Zum einen ist das Display nicht gerade leicht und der Standfuß dementsprechend auch nicht. bringt über zwei Kilo auf die Waage, hält damit aber auch den Monitor entsprechend stabil. Man hat damit auch die Möglichkeit, den Monitor in der Höhe variieren zu lassen, hoch und runter zu schieben. Natürlich auch zu neigen. Und wir können ihn sogar rotieren um 90 Grad und damit beispielsweise Webseiten im Hochformat aufmachen. Was schon echt viel Spaß gemacht hat bei der Website-Entwicklung von unserer eigenen Webseite. Das heißt, hier in dem Monitor hat man einfach viele Funktionen. Eine Sache, die mir nachteilig aufgefallen ist beim Design, ist, dass er relativ tief ist. Also er ist relativ dick, der Monitor. Gerade hier oben mittig ist er so dick, dass die BenQ eigene Screenbar, eine LED-Leiste, die über dem Monitor hängt, nicht mehr angebracht werden kann. Und dementsprechend, finde ich, wirkt er von der Seite schon ein bisschen eher alt und klobig. Tendenziell im Vergleich zu anderen Monitoren. Gleichzeitig, finde ich, wirkt es aber auch professionell, dass er eben nicht so ganz dünn ist, das Display. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich finde ich dieses Design sehr modern und zeitlos. Kommen wir zu den Kritikpunkten. Was ist uns negativ aufgefallen in der Arbeit mit diesem Monitor? Und der erste Punkt, den ich hier aufführen muss einfach, ist so traurig, dass ich ihn überhaupt aufführen muss. Und zwar ist das mitgelieferte Kabel einfach viel, viel zu kurz. Wenn ich das hier hinten einstecke in den Monitor, dann über den Kabelkanal laufen lasse, kann ich das MacBook eigentlich nur hier unten auf den Standfuß legen. Das war's. Wenn ich mein MacBook beispielsweise auf nur einer Seite die entsprechenden Ports hat für Thunderbolt, dann muss ich es einfach auf diese Seite stellen und kann es nicht auf die andere Seite stellen. Und das heißt, dieses Kabel ist für diese Preisklasse an Monitor einfach ein Witz an Zubehör. Das hätte man vielleicht zusätzlich hinzufügen können, wenn man einen Mac Mini beispielsweise hier nebendran stellen möchte. Okay, wunderbar. Aber zumindest hätte es ein weiteres Kabel gebraucht mit anderthalb bis zwei Metern. Das haben wir uns einfach dazu gekauft, ist aber schade und ich finde, das sollte eigentlich drin sein bei einem Monitor dieser Preisklasse, dass wir da ein längeres Kabel dazu bekommen. Lässt sich sicherlich leicht beheben und ich hoffe, dass es in deiner Monitorverpackung, wenn du dir den kaufst sozusagen, dann besser ist und geupdatet wurde von BenQ. Ansonsten ist uns aufgefallen, dass die Helligkeit jetzt nicht top of the line ist. Es ist gut, man kann in einem hellen Raum damit arbeiten, keine Frage, aber es gibt auch hellere Monitore und in der Preisklasse, wieder, hätte ich mich einfach ein bisschen mehr gewünscht. Und ein weiterer Aspekt, den ich nicht so cool finde an diesem Stativ hier, ist tatsächlich, dass man ziemlich am Friemeln ist, um den Monitor wirklich horizontal auszurichten. Wir haben das hier gerade alleine für dieses Video echt eine Weile gemeinsam da gestanden. Ist er jetzt ganz gerade? 100%? Noch ein bisschen darunter, noch ein bisschen darunter? Es gibt keinen Punkt, wo das Gerät einrastet. Ich kann es ja mal zeigen, wenn ich jetzt hier den Monitor bewege und ihn dann wieder auf Level bringen will, dann bin ich jetzt hier am Feintunen, was ist jetzt eigentlich der richtige Winkel, um das Ding wieder gerade zu haben. Jetzt hoffe ich, dass ich diesen Tag nicht nochmal machen muss, weil sonst stehen wir hier wieder 5 Minuten, um das wieder fein zu tunen. Ansonsten als Fazit, ich finde das wirklich super von den Anschlüssen her. Das macht wirklich Spaß mit einem Kabel MacBook anschließen, los geht die wilde Fahrt. Wunderbar, dass mein MacBook dann voll geladen ist, wenn ich es abstecke und damit wieder los will. Also das ist auf jeden Fall für MacBook-Nutzung super, auch mit den Farbräumen und so weiter für kreative Arbeit. Die Software finde ich wirklich gut. Das ist nochmal ein Entscheidungsfaktor, wo man einfach als Monitorhersteller die Möglichkeit hat, sich von anderen abzusetzen. Das machen sie hier sehr, sehr gut. Und man muss einfach sagen, es ist ein sehr großer Monitor. Du musst dir wirklich bewusst sein, dass du hier einen sehr großen Monitor kaufst und die entsprechende Tiefe auch auf deinem Tisch brauchst. Ich würde sagen, du bräuchtest mindestens mal 80 Zentimeter Tiefe bei dir am Tisch, damit der Monitor in einem entsprechenden Abstand zu dir ist, damit es angenehm ist, diese große Größe zu haben. Dann ist es aber wirklich angenehm. Man bekommt viel auf diesem Display unter mit der UHD-Auflösung. Man kann wunderbar sich mal seine Videos in einem großen Format anschauen. Und was ich vor allem sehr zu schätzen wusste hier bei uns in der Videoproduktion, man kann gut gemeinsam auch an so einem Monitor arbeiten, weil man eben mit etwas Abstand zu zweit, zu dritt dann davor sitzen kann. Das macht auch viel Spaß. Also das war mein Feedback zu diesem Monitor. Wie gesagt, die Kritikpunkte musst du für dich überlegen, wie stark die ins Gewicht fallen. Das Thunderbolt-Kabel, was wir dazu bestellt haben zum Monitor, verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung. Genauso wie natürlich die Seite, wo du nochmal alle detailreichen Infos zu diesem Monitor bekommst. Vielen Dank an BenQ, dass sie uns den Monitor hier zur Verfügung gestellt haben, sodass wir ihn ausführlich testen konnten. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier einen guten Einblick geben. Wenn ja, gib gerne eine positive Bewertung. Wenn du Fragen hast zu dem Gerät, dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.